Ja, hallo. Ich bin hier ein bisschen unterwegs und bin auch hier in der Nähe von St. Denise und hier, ups, haben wir was gefunden. Entschuldigung. So, mal schauen, hier. Auf diesem kleinen Geländer liegt eine Tarotkarte. Ast der Stäbe. Sehr schön. Ich weiß nicht, vielleicht erkennt ihr die Stelle ja schon. Und, oh, da gucken wir mal gerade. Gehört auch zur Neujahrssammlung. Sehr schön. Der Scotch Whisky haben wir schon und die auch. Brauchen wir nur noch eine Platintaschenuhr. So, ähm, hier seht ihr das ja gerade, na. Okay. Und... Die Tarotkarte, die findet ihr hier. Diesem kleinen, alten, verlassenen Mini-Urchon. In Limoyne. Hier ist St. Denise. So. Und jetzt gehen wir mal langsam rein. Zoomen. Hier an diese alten Kirsche. Außen am Geländer. Genau. Hier. Dann, viel Glück dabei. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.